Hallo und herzlich willkommen bei RealPolitics2. Es geht endlich weiter. Wir sind immer noch Neuseeland und sind dabei, gerade ein Besiedlungsprojekt zu machen, dass ich dieses hier einnehmen kann. Mal gucken, ob wir dann was mit unseren Nachbarländern machen, ob wir sie in den Blog reinholen. Wir haben in Christchurch ziemlich viel Umweltverschmutzung, aber da tun wir bereits etwas dagegen. Umweltschützen und ich entwickle auch ein Projekt Landschaftsnutzungsverordnung und danach kommt irgendwas mit Umweltschutz und so weiter. Und das andere Projekt ist Wirtschaftsuniversitäten, was wir gerade erforschen. Wir haben leere Spionageplätze und leere Generalplätze. Es sieht gut aus, was Aktionspunkte angeht. Da haben wir auch überall positives Einkommen. Das ist ganz wundervoll und wir gucken jetzt mal bei unseren Nachbarn. Hier müssen wir noch warten. Wir könnten noch mal nach Ressourcen fragen. Das tun wir jetzt auch. Definitiv. Und positive Aktionen sind wir gerade dabei, sie durchzuführen. Okay, dann können wir mal die Zeit starten. Oh, direkt ein Ereignis. Illegale Einwanderer. Wir haben Informationen erhalten, wonach eine große Gruppe von Einwanderern unsere Grenzen überschritten hat und unterwegs in Richtung unserer Hauptstadt ist. Ergreift sie? Nö, nicht wirklich. Lass sie zufrieden. Persönliche Kontrolle. Minus zwei. Provinzbevölkerung plus eins. Provinzunzufriedenheit. Wellington plus acht. Ja, wir können EinwohnerInnen gebrauchen. Gucken wir mal direkt. Ups. Gucken wir direkt mal bei Wellington. Okay. Ask for Resources wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Cool. So. Gucken wir mal bei Wellington. Da machen wir im Moment Propaganda. Wir haben Provinzunzufriedenheit fünf Prozent. Zielunzufriedenheit null Prozent. Wir haben eine Bevölkerung hinzubekommen. Das ist gut. Da müssen wir nicht handeln tatsächlich. Sehr schön. Und lassen wir es mal weiterlaufen. Und ich möchte mehr Projekte umsetzen. Ja. Index für menschliche Entwicklung 95 bereits. Das gefällt mir alles sehr gut. Diplomatische Aktion Investitionen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Und Diplomatische Aktion Investitionen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Super. Können wir Wohlwollen erlangen mit Japan? Jawohl. Können wir. Machen wir. So. Unser Einflussbereich hat sich jetzt schon echt ausgedehnt über diese Wassergebiete. Das ist sehr, sehr gut. So. Beraterbetrag. Büro für auswärtige Angelegenheiten endet bald. Nun gut. Okay. Ja. Einen Moment. Warten auf Projekte. Mal gucken mal. Wir haben sogar eine erfolgreich für einen Technologiesieg hinbekommen. Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Sehr schön. Das heißt, wir haben da wieder Wohlwollenspunkte erlangt, um die Möglichkeiten, dass wir von denen Aktionspunkte bekommen, zu boosten. Hier. Oh. Wir können schon wieder nach Aktionspunkten fragen. Ich frage Australien mal wieder nach 3.000 Aktionspunkten. Die sitzen auch auf fast 100.000. Dafür geben wir sowohl Investitionspunkte als auch Wohlwollenspunkte aus. Und Japan. Selbe Nummer. Wir fragen nach Aktionspunkten. Die haben 273.000. Das ist unglaublich. Machen die denn gar nichts damit? Oder haben die zu wenig Ressourcen? Okay. Projekt Wirtschaftsuniversitäten wurde umgesetzt. Einmal auf Pause. Okay. Das war bei Bildung. Bildung. Wirtschaftsuniversitäten. Wirtschaftsuniversitäten. Genau. Wir wollen nämlich dahin. Leistungsgesellschaft. Das nächste wäre University of the Third Age. Kümmern Sie sich um Ihre Senioren, indem Sie Ihnen die Chance einräumen, sich selbst weiterzubilden. Kostet einiges an Aktionspunkten Unterhalt und kostet auch relativ viele Aktionspunkte. Aber wir kriegen Indexmanagerie Entwicklung plus 1. Unzufriedenheitszielwert minus 1%. Das ist gut und das machen wir auch. Dauert relativ lange. Aber wir arbeiten weiter am Wissenssieg, könnte man sagen. So. Und ich sehe auch, temporäre Versorgungsbasis wurde umgesetzt. Und wir kriegen Aktionspunkte von Australien. Und wahrscheinlich, hoffentlich auch von Japan. Temporäre Versorgungsbasis ist umgesetzt. Das heißt, Wasserbesiedlung wäre der nächste Schritt nach der temporären Versorgungsbasis. Antidruckschildtest. Testung spezieller Antidruckschilde, die das Gebiet der zukünftigen Kolonie schützen und die Errichtung von Fundamenten ermöglichen sollen. Kostet relativ viele Metalle und sehr viel AP. Aber wir haben das alles. Also leiten wir das ein. Noch ein Schritt und dann können wir die nächste Region uns einverleiben. Diplomatische Aktionen. Asphalt Governmental Assistance wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Von denen haben wir jetzt auch Aktionspunkte bekommen. Großartig. So. Jetzt würde ich mal sagen, es könnte mal an der Zeit sein. Wir gehen mal hier runter nach Wellington. Ich mache mal kurz Pause. Und klicken mal auf unseren Spion. Spionage Aktion. Wirtschaftsgeheimdienst. Wir könnten Korruption bekämpfen. Okay. Das geht aber nicht in der Stadt, wo... Was macht der politische Geheimdienst? Persönliche Ansichten stärken. Militärgeheimdienst. Rebellen unterdrücken. Mitgliedrische Ansichten stärken. Was macht wirtschaftliche Ansichten? Verstärken Sie aktuellen wirtschaftlichen Ansichten. Interventionismusveränderungen zum Zielwert Neuseeland plus zwei. Ja. Das ist jetzt auch nicht so super. Ich glaube, ich würde mal meinen Geheimagent nach Christchurch schicken. Schwierig, das auszusprechen. Okay. Dann soll er da ein paar Spionagepunkte. Und dann gucken wir mal, was wir da machen können in einem Gebiet, was nicht unsere Hauptstadt ist. Genau. Und jetzt warten wir darauf, dass wir diese Landschaft-Nutzungsverordnung haben. Und dann machen wir da weiter. Können wir hier was Positives machen? Da müssen wir noch drauf warten. Block Aktion. Wir können schon wieder nach Ressourcen fragen. Aber die haben zu wenig Öl. Was wir machen könnten wäre, wir könnten mal bei Japan Block Aktionen, finanzielle Unterstützung, infrastrukturelle Unterstützung. Infrastrukturelle Unterstützung. Sorgt für einen Boost, der... Okay, wir kriegen IME plus drei bei Neuseeland für zwei Jahre. Zielunzufriedenheit in der Provinz minus zehn. Die haben im Moment null. Provinz BIP plus zwei. Und Beziehungen Neuseeland. Okay. Ähm, haben wir hier oben vielleicht positivere Auswirkungen. Die sind nirgendwo unzufrieden. Hm. Wir könnten mal gucken, ob wir nicht finanzielle Unterstützung machen könnten. Bringt uns gar nicht so viel. Wie sieht's denn in Osaka aus? Block Aktionen, wenn wir infrastrukturell unterstützen. Die haben auch null Unzufriedenheit. Ich mach das jetzt einfach mal für die plus fünf Beziehungen. Machen wir da mal was Positives für Japan. Ähm, okay, Christchurch, die Umweltzerstörung sinkt, weil wir dort das Projekt Umweltschützen haben. Und ich hoffe, dass dann diese Geschichte hier weggehen. Also können wir uns das mal angucken. Wir schützen die Umwelt im Moment 156. Schwere Zerstörung. Aber Umweltzerstörungsmodifikator minus eins. Jetzt, gut, ist hier oben San Marino, hat den Block verlassen, Kroatien. Na, hier oben ist auf jeden Fall jede Menge Krieg, wenn wir uns das mal angucken. Russland ist irgendwie, hat mehrere Staaten plötzlich, äh, die zerfallen sind und hier wird überall Krieg geführt. Also das Bild hat sich schon deutlich geändert, was ich ganz schön krass finde. Also, das kriegt man da oben drüber mit. So, und jetzt unser Projekt Landschaftsschutzverordnung wurde umgesetzt. Ups. Und Beraterverträge, Büro für auswärtige Angelegenheiten. Der Beratervertrag ist ausgelaufen. Wir müssen einen neuen unterzeichnen. Unzufriedenheit, Zielwert in Provinzen mit nicht akzeptierten Kulturen minus fünf Prozent oder AP-Einnahmen plus zehn Prozent. Ja, auf jeden Fall. Greta Russo werde ich verpflichten. AP-Einnahmen plus zehn Prozent ist super. So, Pause. Ähm, wir haben jetzt hier unten, äh, Landschaftsschutzverordnung erprüft. Nachhaltige Raumplanung. Stellen Sie sicher, dass Stadtplaner und Entwickler grundlegende Qualitätsstandards einhalten und der Umweltschutz gewährleistet ist? Oder unterhalten Sie ein spezielles Umweltschutzprogramm, um die Regeneration der Natur zu ermöglichen? Ähm, Umweltschutzprogramm kriege ich als Aktion. Und das Umweltschutz, äh, Umweltzerstörungsmodifikator minus eins. Das ist nicht schlecht. Und nachhaltige Raumplanung. IME plus eins. Oh, dann würde ich sagen, ich mache erstmal nachhaltige Raumplanung. Dann brauche ich keine besondere Aktion dafür. Das kann ich immer noch nachschieben. Dauert 139 Tage. Okay. Alles klar. Tun wir auch etwas für den Umweltschutz, was bitter nötig ist. So. Besiedlungsprojekt umgesetzt. Antidruck. Schotten. Wasserbesiedlung. Letzter Schritt. Kontrollübernahme über internationale Gewässer. Entsendung einer Siedlungsflotte zur Richtung einer Wasserkolonie. Die, ähm, die Implementierung dieses Projekts ermöglicht die Ausführung der Besiedlungsaktionen in einem ausgewählten, unbewohnten Provinz in internationalen Gewässern. Kostet 6000 Aktionspunkte haben wir und 1500 Metalle haben wir auch. Leiten wir mal ein und dann wird da dran gearbeitet. Bevorstehender Besuch. Ein Ereignis. Wir werden bald Besuch bekommen. Ich habe ein Treffen mit einer präsidialen Delegation unserer Freunde anberaumt. Es wird öffentlich übertragen. Bereiten sie also eine wirksame Rede vor. Leider müssen die wenigen Hauptstraßen der Stadt gesperrt werden. Aber hey, wir müssen uns schließlich im bestmöglichen Lichte präsentieren. Ähm, wir werden sie mit unserem Prestige blenden. Wir haben da noch ein paar Flaschen billigen Wein im Keller. Ja, wir blenden mit Prestige, würde ich doch sagen. In beiden Fällen bekommen wir BEP-Wachstum minus 0,02 pro Monat. Da sind wir im Moment bei plus 0,17 pro Monat. Und die Weltwirtschaft ist gerade ein bisschen negativ. Ähm, das können wir aushalten. Wir werden sie mit unserem Prestige blenden. Jawoll. Okay, ich will mal gucken. Ja, wir können schon wieder nach Aktionspunkten fragen. Und das tun wir auch. Bestätigen. Und können wir auch nach Ressourcen fragen. Die haben immer noch zu wenig Öl. Aber ich möchte positive Sachen machen. Nämlich investieren. Und Japan, dasselbe Blockaktion. Ich möchte nach Ressourcen fragen. Äh, nach Aktionspunkten fragen. Und ich möchte positive Aktionen durchfüllen. Ich möchte investieren. Und Blockaktionen nach Ressourcen. Die sind total blank, was Ressourcen angeht. Das heißt, können wir den, ähm, können wir den denn nicht vielleicht, ne, wir können denen leider keine Ressourcen zuschustern. Hm. Ask for Governmental Assistance. Also Aktionspunkte mit Australien umgesetzt. Wir haben wieder Aktionspunkte von Australien bekommen. Uh. Überwältigender Erfolg. Die präsidiale Delegation hat unser Bestreben, keine Kosten und Mühen zu scheuen, definitiv bemerkt. Man wird sich an diesen Besuch für lange, lange Zeit erinnern. Mit Malta war das. Okay, fabelhaft. Wir kriegen 30 Siegespunkte da oben. Beziehung zu Malta plus 20. Und Wohlwollenspunkte sogar. Wohlwollenspunkte 5. Na, guck mal eine an. Und wir haben Aktionspunkte von Japan bekommen. Sehr, sehr schön. Und diplomatische Aktion. Infrastrukturelle Unterstützung wird erfolgreich in Japan umgesetzt. Das freut mich auch sehr doll. So, noch 8 Tage. Und ich kann ein neues internationales Gewässer quasi besiedeln. Jetzt. Und ich hatte mir das hier ausgesucht. Weil. Gehen wir mal drauf. Ähm. Das ist der, das Laubassin. Und wir haben hier Metalle 83, Brennstoff 31 und seltene Erden 38. Das ist das allerwichtigste. Weil seltene Erden haben wir wenig. Und dementsprechend werden wir hier Besiedlungsaktionen machen. Wasserbesiedlung. Ähm. Kostet nochmal ein bisschen was. Und dann Kolonie in der Provinz errichten. Bestätigen. Das läuft jetzt. Das dauert jetzt noch 60 Tage. Sehr schön. Unsere anderen Projekte laufen auch. Es geht voran. Und ich bin immer zuversichtlicher, was diesen, äh. Ähm. Was den, die Siegesbedingungen für technologischen Fortschritt angeht. Ähm. Moment. Siegesbedingungen. Diplomatische, äh. Weg könnten wir auch uns dazu bekennen. Und dann kriegen wir mehr Aufgaben hier gestellt. Aber, äh. Information des Macht. Siegesbedingungen für Technologie Sieg. Ähm. Leistungsgesellschaft sind wir kurz davor. Äh. Vormachtstellung am Dienstleistungssektor. Da brauchen wir noch eine Weile. Und auch bis wir zur Raumbasis kommen, brauchen wir eine Weile. Aber, äh. Bald haben wir zwei Sachen davon abgedeckt. Das ist super. Also ich glaube, wir kriegen das locker hin hier, bevor die Zeit abgelaufen ist. Eine Runde geht hier immer bis 2.121. Wir sind im Jahr 2.037. Das heißt, ich sehe da sehr positiv in die Zukunft, dass wir einen Technologie Sieg hinbekommen. Diplomatische Aktionen und Investitionen wurden erfolgreich in Australien umgesetzt. Und wir haben einen Wohlwollenspunkt dafür bekommen. Sehr schön. Und Investitionen in Japan erfolgreich umgesetzt. Das gibt uns wieder Investitionspunkte, mit der wir unsere Wahrscheinlichkeit, dass wir Aktionen dort umsetzen, nach oben boosten können. Ja. Wasserbesiedlung schreitet voran. Nachhaltige Raumplanung. Dass wir was gegen unsere Umweltzerstörung tun. Die ist mittlerweile schon gesunken auf 153. Das wird sie, wenn wir das Projekt umgesetzt haben, noch weiter tun. Ja. Und University of the Third Age. Okay. Die Weltwirtschaft steigt wieder. Ja. Und das schlägt sich auch in unserem BEP-Wachstum wieder. Wir haben pro Monat plus 0,22%. Das ist sehr gut. Oh. Linksextreme Gruppierungen werden immer beliebter. Wir können in jüngster Zeit einen enormen Zuwachs der Mitgliederzahlen linksextremer Gruppierungen in unserem Land ausmachen. Könnten sagen, es wird Zeit. Was Unzufriedenheit erhöht. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Kommunismus hierzulande Fuß fassen kann. Lancieren wir entsprechende Gegenpropaganda. Geldeinnahmen und AP-Einnahmen auf 0. Krass für 75 Tage. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Kommunismus hierzulande Fuß fassen kann. Verbieten wir deren Aktivitäten. An dieser Stelle finde ich, dass wir Linksextremismus, also hier ist links außen. Wenn das der Kommunismus ist und wenn ich mir unsere Zusammensetzung im Parlament angucke, da haben wir links außen 11%, rechts außen 16%. Radikal zentristisch, Mitte links, Mitte rechts. Ich würde sagen, ich mache mal, das ist bestimmt nur ein Verrücker in der Trend unter den jungen Leuten. Kein Grund zur Sorge. Das sollte ein bisschen bei links außen, aber auch bei Mitte links für einen Push sorgen, weil irgendwie ist unser Parlament durchaus ein bisschen, hängt es auf der rechten Seite. Das ist jetzt hier in dieser Spiellogik, dass ich so argumentiere. Das möchte ich ganz klar sagen. Ich versuche zu verstehen, was diese verschiedenen Sachen... Also in dem Spiel kommt halt oft die Hufeisentheorie vor. Linksextremismus, Rechtsextremismus wird als beides irgendwie schlecht anerkannt und so weiter und so fort. Ähm, aber in der Spiellogik benutze ich jetzt diese Option, um mein Parlament etwas nach links zu steuern, weil die rechts außen sind mir zu krass geworden in letzter Zeit. So. Bin mal gespannt, welche Aktionen das nach sich zieht. Und hoffentlich kriege ich deswegen von Romy nicht den Arsch versohlt. Besiedlungsaktion, Wasserbesiedlung wurde erfolgreich in der Provinz Laubassin umgesetzt. Ja, großartig. Jo. Sehr schön. Das hier gehört jetzt auch dazu. Wir haben seltene Erden, fast 100. Und wir sollten hier im Laubassin tatsächlich einen freien Bauplatz haben. Wir könnten gucken, ob wir hier noch eine Förderanlage für seltene Erden hinsetzen. Ähm. Wir bekommen dann nochmal 10 seltene Erden. Das bringt uns über 100. Fände ich gar nicht schlecht, weil wir für Hochtechnologie echt noch einiges brauchen. Ähm. Ich baue das. Jawohl. Wir haben die Aktionspunkte, wir haben die restlichen Materialien. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu unserem Spion. Ich mache nochmal auf Pause. Was können wir denn jetzt hier für Spionageaktionen im eigenen Land machen? Politischer Geheimdienst, persönliche Ansichten stärken. Ähm. Korruption bekämpfen. Ähm. Zerschlagen sie interne Korruption, um die Unterhaltskosten zu reduzieren. Das ist... Sorgt für mehr Geld. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich dachte, ich könnte so auch andere Spione finden. Aber anscheinend nicht. Wir lassen den Spion jetzt erstmal da. Ähm. Wir könnten ihn halt mal hier hinschicken. Ähm. Nach Tonga oder nach Samoa. Ähm. Die Beziehungen sind nicht super geil. Okay. Jetzt sind wir wieder bei diesem Ereignis. Was ich eigentlich gerne machen wollen würde, wenn Romy mal mit dabei ist. Das wird noch ein paar Tage dauern. Aber wir haben uns schon verabredet, sodass ich mal eine Folge mit ihr zusammen aufnehmen kann. Ähm. Das ist es also. Also jahrzehntelang träumt unser Volk davon, die Welt anzuführen. Nun ist der Zeitpunkt endlich gekommen. Wir können mit der Bildung einer Weltregierung beginnen. Wenn wir unsere Ambitionen verlautbaren, werden wir damit die Aufmerksamkeit der Welt auf unsere Nation lenken. Und es wird ein wenig schwieriger für uns werden, unser Ziel zu erreichen. Das ist das Risiko, das wir eingehen müssen. Ähm. Und ich schiebe diese Sache noch ein Jahr raus, damit wir das in der Folge, die ich mit Romy aufnehmen möchte, dann mal umsetzen können. Und ich gucke mal, wie weit ich so lange in dem Jahr mit dem Technologiesieg vorangeschritten komme. Genau. So, wie sieht es denn hier mit, ähm, wenn wir uns Tonga angucken, Beziehungen nur 40. Okay, oder 41. Ähm. Nur eine Provinzbevölkerung. Die haben drei Provinzbevölkerung. Auch wenig Ressourcen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt plötzlich anfangen werden, ähm, da Sachen zu machen. Was wir machen können hier, in dem Gebiet, das uns jetzt gehört, gesellschaftliche Aktionen. Ähm. Ne, können wir nicht. Wirtschaftliche Aktionen ist Umweltschützen. Jawohl. Äh. Provinzumselzerstörungsmodifikator minus zwei. Das mache ich mal in allen Seegebieten. Umweltschützen. Weil wir ziemlich viel Bergbau dort betreiben. Und, äh, wir einen, äh, Umweltzerstörungsmodifikator dort haben. Das heißt, hier überall werde ich die Umweltschützen. Und unser nächstes Projekt ist jetzt gleich umgesetzt. Die nachhaltige Raumplanung. Das wird uns zusätzlich Möglichkeiten geben, Dinge zu tun. Nachhaltige Raumplanung wurde umgesetzt. Sehr schön. Ähm, das nächste wären Nationalparks, die wir machen könnten. IME plus eins. Umweltzerstörungsmodifikatoren auch nochmal. Und Unzufriedenheit minus eins. Aber im Moment haben wir damit nicht so richtig ein Problem. Ich würde jetzt mal hier weitermachen. Nämlich, äh, bei der Forschung. Bei der Physik. Wir müssen in Richtung Raumbasis. Hier, nee, Raumstation. Raumstation ist da. Ähm, wir können jetzt auswählen. Entweder Satellit oder Tracking-System. Satellit, Punkte und IME. Verlockend. Ist ziemlich teuer. Oder Tracking-System. Punkte und Raketenangriffsreichweite plus 15. Ja. IME und Punkte will ich haben. Ich möchte Satelliten bauen. Ähm, jawohl. Setzen wir das um. Und machen wir mal zu unseren Nachbarn. Ich würde sagen, Australien, da wollen wir nochmal Wohlwollenspunkte einheimsen. Können wir schon wieder. Wir können schon wieder nach Aktionspunkten fragen. Das tun wir. Und in Japan, dasselbe Investitionen müssen wir noch einen Moment warten. Wir fragen wieder nach Aktionspunkten, weil die haben so viel. Bestätigen. Und habt ihr vielleicht auch Ressourcen für uns? Nein, zu wenig Öl. Okay. Das läuft also. Gucken wir, ob die Aktionspunkte reinkommen. Okay. Und das Projekt University of the Third Age wurde umgesetzt. Ähm, neues Projekt können wir starten. In der Bildung. Und da können wir in Richtung Leistungsgesellschaft gehen. Das ist eins der Bedingungen. Leistungsgesellschaft. Ja. Kostet ziemlich viel Unterhalt, was Aktionspunkte angeht. Kostet uns 12, um das anzuschieben. Dauert 309 Tage. Wir kriegen IME plus 3, was super ist. Geldkosten für Unterhalt aller Projekte minus 5. Und Punkteeinnahmen plus 5. Räumen Sie Bildung in Ihrem Land höchste Priorität ein. Sorgen Sie dafür, dass die hellsten Köpfe Ihres Landes uneingeschränkten Zugang zur Bildung haben. Und dass Sie Ihre Talente zum Wohle der Bevölkerung einsetzen. Ja. Das ist sehr teure Forschung. Gott sei Dank haben wir das Geld und die Aktionspunkte. Wir bestätigen das. Wir machen damit weiter, um das nächste Ziel zu erreichen. Von der Siegesbedingung. Technologiesieg. Siegesbedingung für Technologiesieg. Genau. So und wir haben Aktionspunkte von Japan bekommen und von Australien bekommen und dann mal auf Pause. Jetzt läuft einiges und das war es erstmal wieder für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Liked das Video. Würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht hinterlasse da einen Kommentar. Auch gerne eine Frage zur Dienstagspolitik, was ich sonst so mit Romy mache. Und ansonsten überlegt, ob ihr den Kanal nicht vielleicht abonniert, um die schönen Streams aus der Dienstagspolitik säuberlich aufgeteilt zu bekommen. Und auch hier eine Benachrichtigung über eine neue Folge, was RealPolitics 2 angeht. Dann einen zauberhaften Tag. Danke fürs Zugucken und bis demnächst. Tschüss.